Moin Moin Leute und herzlich Willkommen zu einem weiteren World of Warcraft Legion Video mit eurem Brocken. Ja, heute geht es um den Arms Warrior im PvP zum Page 7.1.5. Das wurde sich von einigen Leuten gewünscht, dass ich dazu mal einen Guide mache. Ja Leute, und hier ist der Guide und dann fangen wir auch gleich einmal mit der Skillung an. Wie skillt man den Krieger für PvP in der Richtung Arms? Dazu fangen wir mit dem 15er Talent an. Überwältigen. Überwältigt den Gegner, fügt ihm 20.102 körperlichen Schaden zu. Der Angriff kann nicht geblockt oder pariert und ihm kann nicht ausgewichen werden. Die Chance einen kritischen Treffer zu erzielen ist um 60% erhöht. Alle eure Nahkampfangriffe haben eine Chance überwältigen auszulösen. Ja, das erklärt sich wie gesagt von ganz alleine. Man kann ihn nicht blocken, parieren. Ja, das ist natürlich sehr praktisch, gerade im PvP und ihm kann halt auch nicht ausgewichen werden. So, im 30er Talent nehmen wir den Skill Stormblitz mit rein, schleudert eure Waffe auf einen Gegner, der ihm 5.677 körperlichen Schaden zufügt und ihn für 4 Sekunden betäubt. Klar, ganz logische Erklärung natürlich im PvP. Es ist natürlich immer praktisch, wenn man PvP Arena spielt, wenn man den Gegner kurzzeitig betäuben kann, dass er handlungsunfähig ist und man natürlich dementsprechend richtig schön Schaden auf den Gegner ausüben kann. Dazu die Kombinationen dann mit dem 45er Talent passend zum Stormblitz, den Avatar. Ihr verwandelt euch für 20 Sekunden in ein Koloss, wodurch ihr um 20% erhöhten Schaden verursacht und euch von allen bewegungseingeschränkten und Bewegungsunfähigkeitseffekten befreit. Erklärt sich natürlich auch, ihr erhöht den Schaden mit Stormblitz gepaart, ist das Ganze natürlich super und in dem Fall seid ihr in keinen bewegungseingeschränkten Effekten und Bewegungsunfähigkeitseffekten gefangen. Ja, zum 60er Talent, da passt natürlich am besten die Verteidigungshaltung, eine defensive Kampfhaltung, die sämtlichen erlittenen Schaden um 20% und sämtlichen verursachten Schaden um 10% verringert hält bis zum Abbruch. Ganz praktisch, gerade für PvP und Arena natürlich, ihr bekommt 20% weniger Schaden rein. Solange ihr die Verteidigungshaltung anhabt, macht zwar 10% weniger Schaden, aber das ist kein Hals- und Beinbruch, denn die 20%, die machen sich wirklich gerade im PvP und Arena sehr bemerkbar. Zum 75er Talent, nehmen wir den Skill Tödliche Kombo. Tödlicher Stoß verfügt nun über maximal zwei Aufladungen. Ganz klar, man kann zweimal den tödlichen Stoß nutzen, was natürlich in der Kombination, denn gerade wenn wir den Sturmblitz nutzen, dann Avatar zünden mit überwältigend oder überwältigend Proc, eventuell zweimal einen tödlichen Stoß, richtig schön auf den Gegner reinhauen, lohnt sich das Ganze natürlich einfach super. Dann mit dem Skill Tödliche Gelassenheit. Während der Effektdauer vom Kampfschrei werden zusätzlich die Wutkosten eurer Fähigkeiten um 100% verringert. Wie gesagt, erklärt sich dann natürlich, wir machen den Kampfschrei an. Solange wir den Kampfschrei anhaben, haben wir keine Wutkosten. Das heißt, wir können, wie gesagt, wir schmeißen dann unseren Sturmblitz und können dann direkt mit unserem tödlichen Stoß und überwältigen, unserem kolossalen Schmettern natürlich auch noch und natürlich auch mit unserem Zerschmettern völlig draufhauen. Zum 100er Talent benutzen wir dann zusätzliche Angriffe. Basierend auf der fehlenden Gesundheit des Seals besteht beim Einsatz eurer Nahkampffähigkeiten eine Chance von bis zu 60% einen zusätzlichen Angriff auszulösen, der 8.576 körperlichen Schaden verursacht. So, das wäre es erstmal natürlich soweit jetzt zu der Skillung. Kommen wir einfach mal so ein bisschen zu der Spielweise. Also wie gesagt, ich habe hier irgendwie seltsamerweise mit meinem Twink-Krieger quasi keine Waffe gefunden. Daher habe ich jetzt einfach mir so ein bisschen so einen Battle-Net-Krempel angezogen. Ja, das Ganze ist natürlich ziemlich easy eigentlich. Also wir haben natürlich einfach die Möglichkeit, nehmen wir jetzt hier einfach mal irgendeine Puppe. Nehmen wir einfach mal, ich bin nicht 110, kann ich mir also keine Boss-Puppe leisten. Quasi. Aber nehmen wir jetzt einfach mal hier diese Trainings-Puppe. Wir können uns das Ganze natürlich so ganz simpel machen. Wenn wir uns vorstellen, das ist jetzt ein Gegner in PvE, äh PvP oder in Arena. Also auf Schlachtfeldern. Dann ist das Erste, was wir natürlich machen, wir chargen den Gegner an. Wir hauen unseren Sturmblitz drauf, dann haben wir den Gegner gestunnt. Dann wiederum machen wir unseren Kampfschrei, können wir unseren Kampfschrei direkt zünden, hauen direkt unseren Avatar an und können dann mit Kolossalen schmettern und so ganz schnell natürlich hier zack, zack, zack. Wie ihr seht, ist unser Überwetting-Ready. Natürlich hauen wir das mit direkt drauf und wir haben so lange Kampfschrei an ist, haben wir natürlich direkt eine Möglichkeit, sehr viel Schaden direkt am Anfang, wenn wir den Gegner quasi gestunt haben, drauf zu hauen. Und das Ganze natürlich, das können wir wiederholen. Wir können dann natürlich, wenn wir wieder Wut brauchen, kurz wieder weggehen, wieder anschargen unseren Sturmblitz. Wie gesagt, ist immer das Wichtigste, dass wir den Sturmblitz direkt draufschmeißen, quasi jetzt unseren Überwetting-Proc nutzen. Dann halt natürlich das Kolossale Schmettern drauf machen. Und ganz wichtig, zweimal direkt unseren tödlichen Stoß drauf hauen und wie gesagt, unseren Kampfschrei natürlich direkt auch immer mit nutzen. Wie gesagt, wir sparen dadurch Wutkosten. Wir haben in dem Fall keine Wut und können quasi, wenn wir keine Wut haben, natürlich richtig schön drauflatten und unseren Wutbalken schön füllen, um den für andere Angriffe, wie jetzt zum Beispiel unseren tödlichen Stoß direkt zu nutzen. Wir sehen, unser Überwetting ist wieder ready. Wir nutzen Überwetting, wir nutzen unseren, ähm, äh, unser Kolossales Schmettern. Und wie gesagt, immer wichtig, den Sturmblitz natürlich immer schön drauf hauen, damit der Gegner vier Sekunden gestunt ist. Und wir in dem Fall jetzt mit Kampfschrei, sage ich mal richtig, hier so zack, zack. Und wieder und dann hier so zack, 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 wie ihr seht. Also da hauen wir dann schon richtig ordentlich Schaden auf jeden Fall raus. Das ist sehr wichtig. Und wie gesagt, gepaart in Arena gerade zum Beispiel mit Avatar ist das Ganze natürlich einfach sehr, sehr krass. Und wir haben dann natürlich gerade, wenn vielleicht wir einen guten Kollegen haben, der auch stunnen kann, betäuben kann, äh, jemanden einschläfern kann, verhexen kann in Arena oder PvP, haben wir natürlich einfach eine super Möglichkeit, gerade mit Avatar, Kampfschrei, unserem Sturmblitz, einfach einen Gegner im Handumdrehen, einfach niederzumetzeln quasi. Und der Gegner hat einfach keine Chance und sieht in dem Fall dann auch einfach kein Licht. Ja, das war es dann soweit auch mit der Rotation. Wie gesagt, die Rota ist halt ziemlich simpel. Wir fangen an mit dem Sturmbangriff, hauen unseren Sturm, machen unseren Sturmblitz drauf, unseren Kampfschrei direkt, unseren Avatar-Ready, hauen mit und hauen mit allem. Dann unser kolossales Schmettern, prügeln dann mit allem drauf, was wir quasi haben. Das muss natürlich relativ schnell gehen, weil wie gesagt, der Gegner kommt halt nach vier Sekunden raus, aber in den vier Sekunden können wir so richtig schön zulatten und dem Gegner so richtig Schmerzen zufügen. Ja, das war es dann, wie gesagt, mit der Rotation. Dann halt die Frage natürlich, wie ist die Werteverteilung? Auf welche Werte muss ich achten, wenn ich im PvP mit dem Armsfobi unterwegs bin? Ganz klar, Punkt 1 ist Meisterschaft. Meisterschaft ist das A und O im PvP. Also ihr solltet so viel Meisterschaft natürlich wie möglich mitnehmen. Das ist ganz, ganz wichtig. Danach kommt Crit, danach kommt Tempo und danach kommt Vielseitigkeit. Ja, das war es schon so, wie gesagt, die Step-Priorität, auf die ihr im PvP auf jeden Fall achten solltet. Ja, dann kommen wir natürlich zu den Sockeln, beispielsweise zu den Verzauberungen, da ich natürlich auch gerade gesagt habe, im PvP ist Meisterschaft. Das Wichtigste wird der Hals mit Meisterschaft verzaubert. Der Rücken wird mit 200 Stärke verzaubert. Die beiden Ringe werden jeweils natürlich auch ebenfalls mit Meisterschaft verzaubert. So, die Sockel sind ebenfalls alle auf Meisterschaft zu legen. Wer das Gold übrig hat natürlich oder halt viel PvP macht und natürlich sagt, okay, mein Gold investiere ich da, 150 Meisterschaftssockel in euer Equipment reinpacken. Ansonsten empfiehlt sich natürlich einfach auf die kleinere Variante zurückzugreifen. Das wären dann 100 Meisterschaft. Also, wie gesagt, so viel Meisterschaft wie möglich mitnehmen. Da macht man nichts falsch. Am besten natürlich, wenn ihr es schafft, natürlich 90% oder mehr quasi. Aber wie gesagt, so hoch wie möglich in der Meisterschaft auf jeden Fall kommen. Das ist einfach ganz, ganz wichtig. Gerade im PvP-Bereich mit dem Arms Warrior auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, klar, dann haben wir eigentlich auch soweit schon alles wieder abgearbeitet. Wir haben die Rotation drinne gehabt. Wir haben jetzt, ja, wir haben die Sockel, die Verzauberung drinne gehabt. Wir haben die Talente besprochen auf jeden Fall. Und ja, das war es dann auch eigentlich schon so im Großen und Ganzen mit dem Krieger für PvP. Den Arms Warrior, wie gesagt, sollten da noch Fragen sein. So könnt ihr mir diese natürlich jederzeit gerne in den Kommentaren stellen. Ich werde dann so schnell wie möglich die Kommentare beantworten. Und euch natürlich noch Tipps und Tricks damit auf den Weg geben, wenn noch Fragen offen sein sollten. Ansonsten werde ich natürlich gucken, dass ich in der nächsten Zeit natürlich auch noch einen PvP-Guide für den Furoerkrieger machen werde. Da natürlich auch da die Möglichkeit besteht, den im PvP zu spielen. Aber der Großteil der Krieger-Community spielt natürlich den Arms Warrior im PvP. Aber wir werden uns da nicht lumpen lassen. Und werden natürlich auch den Furoerkrieger uns da mal vorknöpfen und gucken, mit welcher Skillung und welchen Möglichkeiten sich dort der Furoerkrieger quasi dann im PvP schlagen kann. Ansonsten auf jeden Fall, wenn euch das Video gefallen hat, so lasst mir einen Daumen nach oben da. Dann weiß ich, dass euch das Video gefallen hat. Dafür würde mich natürlich sehr freuen. Und ansonsten könnt ihr mich natürlich gerne abonnieren. Dann seid ihr immer auf dem Laufenden, was ich gerade wann wie und warum mache. Und ansonsten wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen schönen, angenehmen Tag. Haut da rein. Ich bin raus. Euer Brocken. Ich bin raus.